Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück bei Vermehrs Live auf meinem Kanal morgens ab 8 Uhr und weiter geht's mit dieser Folge und es lädt also ne vorige Folge haben wir ein bisschen was gemacht ja ein bisschen geangelt am Anfang noch und dann haben wir festgestellt durch Holz also hier Bretter und durch andere diverse Sachen wie Honig kann man Geld machen genau das ist die Devise wir müssen nur noch ein paar Honig Dinger da fertigstellen also hier Bienen und wir müsste mal ein bisschen Fisch kochen also braten in dem Sinne gebratenen Fisch gebratener Fisch okay aber hier Fisch braten freut mich warum wir noch fünf Schreit haben das brauchen wir nicht weil wir brauchen breiter auf jeden Fall breiter 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 und dann müssen wir die zersägen und dann müssen wir noch ein Hammer kaufen die Hammer noch also Axt bisschen Gebrauch Hammer und Handsäge waren die nicht vorige Folge kaputt wenn die über Nacht repariert okay wie viel 30 Sekunden ungefähr 30 Minuten im Spiel ähm dann können wir ja noch ein bisschen Holz sammeln gehen ich gucke mal ob ich hier noch irgendwie ein paar Bretter rumfliegen habe weil mal hinterm Haus war da auch mal so ne äh nö nicht mehr okay schade äh breiter 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 ne wir haben glaube ich alle breiter aufgebraucht okay 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 kein Problem dafür gehen wir jetzt ein bisschen Holz hacken und das hier nicht auch irgendwie so Holz 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 also muss aber aufpassen ne wegen seiner Ausdauer ähm hallo gehen wir mal jetzt futsch der geht nicht futsch weil er hinterm Zaun ist ah tipps doch nicht äh come on okay geht nicht schade schade für diesen Baum ohne Genehmigung des Bildes oh oh ich bin hier über meine Grenze ups aber das hier so das noch geht nicht was geht nicht kann ich nachvollziehen amend ich Richtung nimmt da die Richtung nice Stiele weg Spiele weg Stiele weg Stiele weg 2 Bro darf fisch ist fertig gebratener fisch ist fertig wo ist der durchgang hier ja ich komme ich komme oh mein gott bitte nicht kaputt ich hoffe die tür so nein natürlich mache ich immer tür zu hinter mir so entfernen so jetzt noch ein bisschen essen zuerst mal reicht wasser schlürfen unterwegs soll sie mal ein bisschen wasser mitnehmen dafür steht bloß kann ich das hier nicht füllen einmal füllen mein gott das war nicht saufen hier so haben wir erst mal genug davon gut zeug zum baum dem wei fällt haben wo ist mein baum den darf ich weg machen also keine beschweren mein baum zum lück gibt es hier keine fahrenden händler der meint die säge du bist so ein arsch um das zu nutzen muss und erst reparieren ja dankeschön dankeschön sehr vielen dank dass sie ganze reisen kann zum markt um neu zu kaufen genau hier kaputte ding ganz behalten gib mir das heile ding dankeschön da gibt es sogar laternen zu kaufen da hätte ich doch mal mehr laternen gekauft ich glaube mehr hühner könnten wir glaube ich mal kaufen aber ich gucke mal wie es aussieht mit die eier und so ich weiß nicht ob ich da schon nachgeguckt hatte doch doch fressen brauchen sie wieder wir haben nur einmal futter noch wir sollten noch ein bisschen futter vorrat anlegen ich glaube den ding da reicht nicht obwohl eigentlich reichen müsste dieser eine sack aber naja ich beschwär mich mal nicht 15 und 2009 fristetet überhaupt ein bisschen komisch aber naja der frist nostalgisch ich wollte auch weiter hier rum sägen ich lasse mich zu sehr ablenken ne äh wo ist denn hier der durchgang ich glaube irgendwo hier beim schweinen genau wo ich den baum noch mal gefällt hier ist auch noch ein stück baum gar nicht gesehen denn schon viele stöcker hier böser stecker stock böser stecker böser stecker so wie siehts aus ja jetzt können wir weiter hämmern what the hammer what the hammer what the hammer what the hammer so das hier genau ernsthaft es ist dingo kaputt auch wenn sie wieder hinreißen hammer verkaufen neu kaufen wird hier hast du den kaputten hammer gib mir jetzt einen heilen hammer dankeschön auf wiedersehen und dann wieder zurückreisen und dann weiterhämmern what the hammer okay dann glaube ich dann reicht das hier mit diesen bienen stöckern mehr brauchen wir nicht verwursteln nichts zu ernten diesmal oha okay das ist natürlich schade ja drei britter fehlen wir noch aber da schlafen jetzt mal eine nacht drüber da 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 machen am nächsten spieltag weiter komm hier machen wir noch mehr stöcker rein hält da nicht auf so schlafen bis morgens um sieben uhr quasi wir träumen von tieren sie sind ständig hungrig und unzufrieden die hühner streiken und legen nur so viel eier wie sie müssen das pferd zieht den flug nicht und die kuh gibt so viel milch wie nichts nur wenn sie die nacht in einer warmen box verbringt verwöhnte was verwöhnte mich egal ich frage das nicht so nächster baum nächster baum ernsthaft das sieht aus wie ein schwein also oh bist du dreckig echt bleib doch mal sauber wühl nicht so viel im dreck rum haben wir genug äh dinger hier oh schon wieder fressen alle okay dann müsste ich hier mal ein bisschen körner rausklauen ich glaub der hat mehr als genug hier guck doch mal kann ich das hier ach so genau ein krug reicht doch für ihn warum hab ich doch überhaupt zwei reingemacht so dann speichern wenigstens geld so oh hast du mich erschrocken ich dachte da kommt jetzt was böses was großes böses so eier kann ich auch wieder verkaufen aber erstmal hier bäumchen hellen also die hier stehen darf ich nicht nehmen oder wie doch zack und zack also kasimir wieso muss ich hier umkreis laufen nur dass du den fällen kannst ich glaube ich bin auch der einzige der sich hier bewegt ne alles macht die Ampc ist so nö ich brauche nix machen ach so wir wollten ja noch Glühbirnchen kaufen wir wollen ja schließlich auch einen modernen Bauernhof haben mit lichter mit echten lichtern jetzt brauchen wir da bretter glaube ich aber ich guck gleich mal was wir da alles benötigen und zwar jetzt äh b äh sonstiges also für strom ist das hier zuständig aber äh das ist zum okay Hauptschalter genau das brauchen wir äh acht Schrott das haben wir Lampenmast da brauchen wir Bretter zum Anfang und Schrott sowie Glühbirnen Glühbirnen kosten natürlich Geld und dann kommt einer und sagt ach nee ich dachte Gold ne so gehts dann los äh äh da wieso kann man das nicht gedrückt halten was ist dies für Hexenwerke wenn man sägt dann sägt man durchgängig und nicht hier äh egal äh 25 Bretter haben wir juts also ich brauche nicht unbedingt Bretter warte mal äh besorge eine Glühbirne zwei Schrott da wir Schrott haben äh schalterbereit Hängelampe äh ok äh sollte ich vielleicht mal diese Aufgabe bewältigen ein bisschen Geld haben wir ja paar Glühbirnchen kaufen wäre auch ganz gut glaube ich äh b achso ich brauche nur noch Erlaubnis dafür deswegen mache ich ja das ganze ok gut gut also brauche ich noch mehr Bretter erst mal verkaufen die ich schon da habe da 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 Halle hier, mein Freund. So, 200 an mich. Dankeschön. Das ist jetzt schon mehr Rass und Ongel. Nee, nee, Kampf gibt's ja nicht. Es ist ja, denn der Kampf bringt was, aber ich bezweifle. Und 20 von ihnen. Dankeschön. So. Dann wieder zurück. Achso, ich wollte noch gucken hier bei dem. Ja, habe ich jetzt nicht mehr, aber gucken. Bei den Bienchen. Ich höre auch nichts. Der braucht noch drei Bretter. Okay. Irgendwann noch ein bisschen Holz sammeln. Brauchen wir mehr Geld, ne? Äh, das 580 reicht ja nicht. Ich brauche eine Erlaubnis von 2000 Münzen. Das ist, äh, ja. So, Baum fällt's. Dann können wir gleich einen zweiten Baum herfällen. Da, aber immer schon rein da. Na. Na. Na, fällt da hin. Okay, fall mal. Ich hau schon mal. Ich hau schon mal die Äste raus. So. Ein bisschen beeilen, ne? Wow. Da. Da. Da geht er richtig schnicke. So. Abschlagen. Abschlagen. So. Den Baum hier auch gleich mit abschlagen. Da, 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 da. Okay, der ist ein bisschen länger. Ist okay. Kann man machen. So. Wie er die Äste abschlagen. Und hier auch wieder. Zack. 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 Bam. Guti. Jetzt hier ein bisschen sägen. Von hier da unten steht immer Spann ein. Warum sollte ich einspannen? Man kann auch ausspannen. Oder? Man kann glaube ich auch normale, ähm, Holz hier einspannen. Ne? Und dann zu Dings damit fahren. Und, äh, Ros. Also einfach bloß die Bäume hinbringen und Geld dafür verlangen. Denk ich mal, dass das jetzt so hinausläuft. Dass wir für die Stadt ein bisschen Holz haben. Also nur die Stämme hinbringen. So meint sich das. Okay. Wir kommen langsam dem Ende. Es ist wieder soweit. Wir sind schon bei 20 Minuten. Nur einen Moment und das ist völlig kaputt. Nein. Geht nix kaputt. Hier muss nix kaputt gehen. Wie viel haben wir denn schon? 48. Ja, gut. Nicht genug Platz. Oh. Ja. Okay. 49. Mehr geht nicht. Dann, äh, ab zum Markt. Verkaufen wir das Ganze. Und schau mal, wie viel Geld wir dann haben. Ich glaube nicht viel. Er nimmt doch alles an, an, äh, Bretter. Bin ich gut. Na, er sind fast 400. Ja, passt. So, äh, sag mal, Kollege. Glühbirnen hat er, ja. Ist ja schon nun gut. Aber wie viel haben wir? Äh, knapp 1000. Schade. Ja, auf jeden Fall, wenn wir das nächste Folge hinkriegen. Wird die 2000. Und dann machen wir so noch ein bisschen, äh, Münzen. Wegen, äh, Glühbirnen kaufen. Und dann müssen wir noch diesen blöden Schalter bauen. Ah, den Schalter kann ich da jetzt schon bauen, oder? Hauptschalter. Ja. Für, für, äh, Strom. Machen wir das mal. Äh, Hauptschalter, wo am besten damit hin? Am besten vorm Haus, oder? Würde ich jetzt so sagen. Moment mal. Das ist doch für... Der Hauptschalter ist doch für was anderes gedacht. Der ist doch für die Lampenmast gedacht, ne? Dann brauchen wir die ja nicht. Dann brauchen wir bloß die Glühbirnen anbringen. Die brauchen nur die Glühbirnen anbringen. Das ist ja totaler Quatsch, was ich jetzt hier vorhatte. Lampenmast, schön und gut. Äh, und, äh, plus Hauptschalter. Das kann ich bauen, aber ohne Glühbirne wird's ein bisschen schwierig. Schwierig. Also draußen kann ich beleuchten. Das geht. Dafür brauchen wir bloß Schrott. Und Bretter. Alles klar. Äh. Warte mal. Also Lampenmast kann ich bauen. Da brauchen wir bloß Bretter, äh, Schrott, Glühbirnen. Und, äh, den Hauptschalter. Für alles. Ja. Mehr brauchen wir dafür nicht. Das ist für draußen Beleuchtung. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Hühner haben. Die haben auch schon Eier gelegt. Finde ich super. Mal kurz hier so. Und dann zurück. Ach, geht auch richtig auf. Kühe haben wir auch noch nicht. Also tier-technisch müssen wir noch, äh, ein bisschen machen. Aber erstmal die Hühner. Die sind wichtig, weil sie brauchen jede Menge Eier. 100% die brauchen wir dafür. Jede Menge Eier. So. Die Eier hier rein. Die konnte ich nicht verkaufen. Aber ich kann daraus... Brateier. Ne, gekochte Eier. Das machen wir auch keine Brateier. Keine Spiegeleier. Schade. Gut. Das war's dann erstmal wieder für... Diese Folge, wenn noch nicht erschienen ist, abonniere meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Um keiner weiteren... ...Pamers live auf meinen Kanal mehr zu verpassen. Morgens um 8. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Genauso viel Spaß hattest wie ich. Und wir sehen uns dann morgen in der... ...nächsten... ...Folge. Von... ...Pamers live. Tschau. Tschüss.